Die ganze Crew sitzt hier bei mir auf der Couch. Ihr habt euch gegründet, ich glaube vor zwei Jahren. Ist das so lange her? Ja, ich bin 2011 zur AWO, komme eigentlich aus Leipzig und habe da praktisch meine Musik erlernt und mache das jetzt zwölf Jahre. Und hatte immer das Bedürfnis, Jugendlichen diese Kunst näher zu bringen. Und irgendwie ist dann hier die Crew entstanden, das war eigentlich reiner Zufall und besteht halt jetzt seit zwei Jahren. Also wir haben uns genau genommen am 12.04.2012 gegründet, dazu gibt es dann auch einen Track entsprechend zu hören zu diesem Gründungsjahr. Ich bin der Nikotin. Ich bin der Nikotin. Ich bin Cooperation mit Bürgerlichen Namen Christian. Jau, jau, wäre immer Zeit für das Herz, das Bandat, das Hip-Hop reizt. Ich wache auf, mach das Radio an. Hey, ho! Es sagt mir aus, Hip-Hop ist ohne Plan. Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Ich bin der Jakob, aka der Jedermann. Jau, jau! Ich bin ein bisschen frisch, liegt in der Mitte der Bier. Spinnen wir Texte, gehen wir tiefer, fretting oder stetten. Geben Gas, die Tiefe, um unser Lächeln zu retten. Vielleicht sind wir uns wieder bei der Open Mic Session. Mittlerweile geht was, da reichen keine zwei Testen. Yes, 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 mein Name ist Petro, aka B-I-G-G-Go. Wir sind besessen, wo Beats sind festen, in ermessenen, nie vergessenen Texte, die wir sprechen. Sind es Tatsachen, die wir machen, uns ihn einfach graben, jagen wir den Rotnach. Wir sind ja auch in der Umgebung, ich bin hier unterwegs und macht ja auch ein paar Aktionen im AWO Jugendhaus in Ruderstadt. Vielleicht könnt ihr ja dazu ins B-Worte erzählen hier. Den Nikotin, den hast du ja quasi so ein bisschen mit großgezogen, ne? Der ist ja quasi als junger, unschuldiger, nicht wissender Wortereimer zu dir gekommen, quasi. Und hat sich ja gemacht, ne, mit der Zeit, oder? Ja, ich denk schon, ich weiß ja nicht, was mein Mentor sagt und die anderen, aber ich bin hier gut aufgehoben, werd schon oft gestriezt. Ich glaub, wir haben uns alle gemacht innerhalb von zwei Jahren. Es ist schon bemerkenswert, manchmal. Wir haben auf jeden Fall den Spaß dabei. Und solange wir den nicht verlieren, solange machen wir das. Ey, ich sage nur, ich lebe für Hip-Hop. Denn das ist mein einziger Brotstoff wie der Lottstoff, den der Überkinger braucht. Ich bin ein Hip-Hop, kein Herr von Graus. Sondern wie Fanta 4 mit einem serberen Zahn. Ja, die 5-Sterne Deluxe von Max Herre Cloud. Ich bin so'n Typ wie Dendemann. Denn der Mann nahm damals den Blumentopf. Richtig, also wir machen das nicht kommerziell in irgendeiner Art und Weise. Sondern wir machen Musik, weil wir Spaß dran haben, sozusagen. Und wenn's den Leuten gefällt, ist es schön. Oh, danke. Vielen Dank. Wenn nicht, ist es auch okay. Hauptsache, wir haben Spaß. Es ist schon 10 Samen, schau zu dieses Welt an. Denk ich an Probleme, die durch das Geld kamen. Zu viele Leute haben Hip-Hop aus Gebäude. Ich bin da so'n Typ, den die Scheiße viel bedeutet. Ich bin Ticko. Yo, das soll ich denke wahrer. Revolutionär mit positiven Karma. Scheiß auf das Neue, bleibt mir selber treu. Ich sag lieber das, was ich denke, bevor ich bereue. Ja, auf jeden Fall. Ein Hoch auf die anderen Bands. Und die eine Band, die quasi nach euch noch kommt. Die No Breaks, ja. Ohne Bremsen machen wir hier auch quasi weiter. Und ich würde sagen, das waren eigentlich wunderschöne Abschlussworte hier von Christian Otto. Schön, dass er da war. Dankeschön. Auf Frühjahr oder Winter, wir drehen ständig auf. Rap-technisch kennen wir keinen Leerlauf. Wir sind so kalt, schnurzig wie ein Waffenlauf im Warenhaus. Weil unser Kugelhagel auch ein Kugellager braucht. In Kugeln aus Papier sind Texte verstaut. Manche sind schon so beträubt, als hätten sie die Lust drauf. Weil uns jeder braucht, werden wir langsam zersucht. Wir sind so gefährlich wie die menschliche Lust. Nur ohne Frust, denn wir labern keinen Stuss. Palabra mit Genuss. Rap aus vierteiligen Kuss. Was muss? Das muss. Großwörtlich in dem mündlichen Schutz, im gründlichen Text, nicht im Fluss. Und just, sind wir dabei, wir texten und rappen mit Style. Zuerst wär ein Kurs und Schlimmleger sein. Doch mit der Routine kommen die vergoldeten Holzenreiter und weiter in der eifrigen Cypher-Fall. Zwölf, vier, zwölf, wir sind das Alpha am Delta. Wir sind die Crew, Rap-Center. Zwölf, vier, zwölf, wir sind das Rudel in der Stadt, die noch mehr Kultur als die Heidingsburg zu bieten hat. Zwölf, vier, zwölf, wir sind das Alpha am Delta. Wir sind die Crew, Rap-Center. Zwölf, vier, zwölf, wir sind das Rudel in der Stadt, die noch mehr Kultur als die Heidingsburg zu bieten hat. Bildig wäre es umsucht, ist wie es Theorie, mit quadratlicher Ergänzung oder Fibonacci. Sie versuchen es zu lösen, aber wissen nicht wie. Denn das Ergebnis des Riffs liegt in der Mitte der Vier. Spinnen wir Texte, gehen wir tiefer. Fratnik oder Stetten. Geben Gas, wir tiefer, um unseren Lechern zu retten. Vielleicht sind wir uns wieder bei der Open Mic Session. Wenn mittlerweile geht was, da reichen keine zwei Kästen. Und du willst mir jetzt decken, wer der Beste ist. Läscherlich, behalt's besser für dich. Wir sind ein Experiment, und das wollen wir sein. Wenn ihr Geschlecht ist, unrecht ist und troll auf ein. Wir sind stolz, da verreicht es schon inhaltlich. Deine Meinung, das kann man so oder so sehen. Aber wer bin ich, dass ich dir etwas erzählen kann. Wir sind Repräsenter. Hallo, ich bin hier jedermann. 12-4-12 sind das Alpha im Delta. Wir sind die Crew, Repräsenter. 12-4-12 sind das Rudel in der Stadt. Die noch mehr Kultur als die Einigstum zu bieten hat. 12-4-12 sind das Alpha im Delta. Wir sind die Crew, Repräsenter. 12-4-12 sind das Rudel in der Stadt. Die noch mehr Kultur als die Einigstum zu bieten hat. Wir sind besessen, wo Beats hier fesseln. In Ermessen, in nie vergessenen Texte, die wir sprechen. Sind es Tatsachen, die wir machen. Uns in ein Vergraben jagen, wir den Rot machen. Und wenn du's nicht magst, unsere Kultur bleibt unterdäte. Andere werden nicht sagen. 12-4 einstimmende Texte. Wie man sich verletzt. Service packt nun sich immer wieder recht. Überreden, verpackte Mikrofone, freche Schwimmungen. Für die Überwindung der Verbindung liegt ne Stimmung. Datikale 3-7 wie Religion besteht. Es war bis Ende los, hier für die Rebellion zu sehen. Wir zeigen zuletzt den Kontakt und zeigen. So lange bleibt ein Raps, dieser Architekt, der ihr checkt. Angelebtes Text wird es halt besser zu verstehen. Ersehnt sich die Erde von Neuem zu drehen. 12-4-12 sind das Alpha am Delta. Wir sind die Kuh, Rap ist Center. 12-4-12 sind das Rudel in der Stadt. Die noch mehr Kultur als die Einigstum zu bieten hat. 12-4-12 sind das Alpha am Delta. Wir sind die Kuh, Rap ist Center. 12-4-12 sind das Rudel in der Stadt. Die noch mehr Kultur als die Einigstum zu bieten hat. Am 12. April rein ist auf, was ich denke. Und das mache ich vielleicht bis zu meiner Rinse. Wir sagen, dass ich das aus meiner Zeit verschwende. Das ist ein Typ mit der Sense, zeig ich meine Szene. Wir sind die drei Muscity und reparieren die Szene. Klappen die Center ist das Blut und Hip-Hop auf die Bühne. Wir haben noch viele große geangereimte Pläne. Auf jeden Fall noch einiges im Rappator bis zu diesem Jahr. Aber erstmal den Unterricht stören. Und dann das dich im Bildstation. Ihr hattet recht, ich kann nicht zuhören. Tja, ihr könnt's auch nicht besser. Deswegen, jetzt wird's lieber mal ein Messer. Ich bin Nico T, der National Born Rapper. Wir sind Representer. Zwölf, wir zwölf, das ist das Alpha und Delta. Wir sind die Klu. Representer. Swölf, vier, zwölfe sind das Rodin in der Stadt. Jungs, die noch mehr Kultur als der eine Spur zu bieten hat. Zwölf, wir zwölfe sind das Alpha und Delta. Wir sind die Klu. Representer. Swölf, vier, zwölfe sind das Rudin in der Stadt. Sie hat noch mehr Kultur als der eine Spur zu bieten hat. Ja, vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017